Herzlich Willkommen, Alphons. Und da wollen wir uns das Thema mal durch die Augen eines Kindes anschauen. So, seid ihr bereit? Ja. Ist das Kamerateam bereit? Ja. Wir könnten ja mal alle zwei Finger nehmen und aneinander reiben. So. Schön reiben. Dann mal gucken. Und rein. Da ist doch was. Zum Glück gibt's Puppen. Ja, zum Glück gibt's Puppen, die schon mal sagen, da ist ein Moment. Der Mensch. Der Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020